Das Voting für die Kids' Choice Awards 2023 läuft. Stimme jetzt ab! Die Nominierten für Lieblings-Social-Media-Newcomer in Deutschland, Österreich, Schweiz sind... Alice Ava, Helge Mark, It's Official Marco, Jessie Bluegray, Maria Ziffi und Nadine Britty. Gehe auf kcanick.de und lass deine Träume wahr werden bei den Kids' Choice Awards 2023. Nun bei Nick.